Es ist endlich soweit, AeroZoo veröffentlicht sein erstes AeroZoot Comic Adventure. In jeder Buchhandlung und online, überall erhältlich. Übrigens, auch in Österreich und der Schweiz. Äh, was? Oh mein Gott. Nicht in den Fernseher gucken, nicht in den Fernseher gucken. Nicht in den Fernseher gucken? Wer ist denn da? Da ist das Mädchen im Fernsehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das Mädchen im Fernsehen hat mich direkt getötet. Und damit einen wunderschönen guten Tag. Willkommen wieder zurück zu einer neuen Horrorgeschichte. Hier mit unserem Horrorfahrstuhl. Hier mit dem Horrorlars. Mit dem Horrorlars. Hi. Ähm, es gibt hier ganz viele neue Sachen. Und zwar wurde hier nämlich das Halloween-Update rausgepackt. Es gibt nämlich super viele Halloween-Sachen jetzt. Und oben steht nochmal dran, was es nicht alles für Schwierigkeiten gibt. Und hier tanzt sogar ein Halloween-Pumpkin-Man. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Echt? Hast du's überlebt, Alter? Ich bin im Fahrstuhl, ich bin im Fahrstuhl. Bist du im Fahrstuhl? Okay, ich komm jetzt auch mit rein. Komm, ist doch egal, was hier... Also, es gibt auf jeden Fall viele neue Fahrstühle. Und... Alter, was hat denn der für ein Gesicht, ey? Junge, die manche... Oh mein Gott, einfach so eine Pflanze. Manche Leute sind... Leatherface. Oh Gott, was ist das denn? Get ready. Okay. Oh mein Gott, wir müssen das jetzt irgendwie überleben. Oh Gott, was ist das denn? Oh mein Gott, das ist so krass. Oh mein Gott, da ist er, da ist Leatherface. Oh mein Gott. Er greift an, er greift an. Wir müssen die Münzen sammeln, schnell. Bevor er uns umbringt. Alter. Alter, Junge, das ist voll krass. Ist das schon nice. Richtig gruselig gemacht, ey. Ich hab noch eine Taschenlampe zum Glück. Alter, das Fenster ist zu. Ich komm hier nicht mehr raus. 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 Ich bin hier drin. Ich bin hier drin. Oh Gott, ich... Ich glaub, draußen wütet er gerade irgendwo sein Unheil. Oh mein Gott, was ist das? Ja, da ist er, da ist er. Kommt der? Ja, ja, er jagt die Leute draußen. Oh Gott. Nein! Oh mein Gott. Er ist hinter dir. Lars, er holt dich. Oh mein Gott, er holt Lars. Oh Gott, ich hab's überlebt. Ich hab's überlebt. Ich hab's überlebt. Alter, er ist schon richtig gruselig, Lars. Er ist schon ultra gruselig, muss ich sagen. War einfach gerade ein Typ, der... Doch, der ist unsichtbar, oder? Der da. Welcher? Ja, stimmt. Der hat nur Haare. Die fliegende Perücke. Was? Die Unterwelt kommt jetzt. Oh Gott, was soll das denn sein? Okay, let's go, let's go, let's go. Mode Selected Hunters. Oh mein Gott, was? Das geht nie ab. Oh mein Gott, da kommt Freddy. Das ist Freddy. Freddy? Lars, bitte. Moin Freddy, what's going on, guys? Alter, Freddy, der killt mich, der killt mich. Oh nein, nein. Hack ihn, hack ihn, hack ihn. Junge, da ist ein Feuerportal. Soll ich mal durchs Feuerportal laufen? Freddy ist hinter mir. Junge, der ist viel schneller als ich. Ja, ich muss hier die Robux gerade absahnen. Wir können Freddy töten. Du kannst ihn angreifen. Oh mein Gott. Alter. Oh, Freddy hat mich auch getötet. Mist. Alter. Ich hab dich gegrillt. Das war ja gerade richtig schwierig. Sauschwer, sauschwer. Oh Mann, Alter. Was gibt's hier alles? Aber voll viele haben überlebt, weißt du? Wir sagen so, oh, ist voll schwer, ist voll schwer. Geht's in den Keller, Roman? Wo ist denn hier jemand? Ich seh hier im Keller. Die Leute sterben einfach. Da, im Dings. Achso, lol. Da ist ein Killer im Fahrstuhl. Oh mein Gott. Ich hab ihn gar nicht gesehen. Lass auf so einen Schrank drauf springen. Ich glaub, dann ist man sicher. Echt, bist du tot? Ich bin tot wie Brot. Da, der Killer jagt gerade einen. Oder kommt der? Der Killer holt einen nach dem anderen. Und jetzt holt er mich. Nein, erst holt er hier den Metamiansk. Oh, lol. Oh, überlebt. Oh mein Gott. Oh Junge, was? Wir sind schon so richtig gruselig. Was zum... Alter. Wie passiert hier? Schon ultra gruselig. Geil, oben ist sogar so ein Totenkopf, Alter. Oh Gott. Die Horde? Die Horde rennt. Sie brennt alles nieder. Ich hab schon wieder Bock auf W.O.W. Oh mein Gott, was ist das denn hier? Hier ist so ein... Oh mein Gott, das ist echt... Oh mein Gott, das ist eine Zombie-Horde. Zombie-Horde. Oh Gott, da kommen sie. Warte, jetzt muss man hier einen Platz finden, wo man ausweichen kann. Die springen auf die Mülltonne. Oh Gott. Vor allem, wenn du dein Schwert ziehst, machst du... Wollen wir gegen die Zombies kämpfen? Zack. Ich krieg mal an. Alter, Junge, gar keine Chance. Nee, keine Chance. Keine Chance. Keine Chance. Ah, der ist hinter mir. Der ist hinter mir. Ich geh aufs Polizeiauto. Alter, die können auch aufs Polizeiauto springen. Alter, das sind voll viele Zombies. Hilfe. Oh, ich hab's überlebt. Ich hab's geschafft. Kann man sich eigentlich für Punkte auch was kaufen? Keine Ahnung. Gibt's hier so einen Shop oder sowas? Kannst du ja auch Punkte kaufen. Ich würd mir gerne Waffe oder sowas holen gegen diese Killer. Die nerven mich nämlich ein bisschen, weil die mich nämlich immer killen. Verstehst du? Verstehst du? Wegen killen und killen. Das ist einfach Mickey Mouse. Mickey Mouse. Wonder House. Ah, das ist Mickey.exe wieder oder sowas. Mickey.exe. Nein, das ist Sonic. Happy Celebration on Earth. Oh Gott, der kommt näher. Was ist denn nun mit Mickey los? Was ist denn mit Carsten los? Was ist denn nun mit Carsten los? Mickey, komm mal her, du. Das sieht gar nicht gut aus. Oh, da ist er noch. Hallo, Mickey. Er hat keine Arme, oder? Mickey Mouse. Wunderhaus, Wunderhaus. Kommt da rein, wir laden euch eine Mickey Mouse. Wunderhaus, Wunderhaus, Wunderhaus. Oh mein Gott, da ist er. Wunderhaus, Wunderhaus, Wunderhaus. Junge, auf einmal brennt einfach alles, gell. Junge, die Leute sterben einfach so ohne Grund. Das ist halt auch Mickey Mouse. Mickey Mouse. Wir brauchen noch eine Mitmachsache. Eine Mitmachsache. Oh Gott. Das ist hier so gruselig. Das ist übel. Ich finde irgendwie, dafür, dass es Roblox ist, es gibt echt manche, Roblox ist schon manchmal gruseliger als manche Horrorgames. Oh mein Gott, da ist ein Block. Oh Gott. Und go. Was ist da los? Oh Gott, wo sind wir? Oh nein, wir sind in irgendeiner Wohnung. Oh nein, Annabelle, die Mörderpuppe. Oh mein Gott, das sieht so unglaublich gruselig aus, diese Bilder. Holy Capoli. Was ist das? Die lacht hier einfach. Alter, der Boden ist kaputt gegangen. Alter, yo, da ist sie. Guck mal, guck mal, guck mal. Die zerschnitzelt gerade oben, die Leute, die alle sich oben verstecken. Alter, Alter, was? Die zerschnitzelt alle. Oh mein Gott, das ist so krank. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo ist sie, wo ist sie? Da, 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 da. Wir müssen das überleben, wir müssen das überleben. Ich gehe auf den anderen Schrank, ich gehe da drauf. Oh mein Gott, dieses Bild an der Wand. Ich habe so Hühnerhaut gekriegt gerade, deswegen. Junge, diese Halloween-Spiele sind so übertrieben, ey. Okay, in sieben Sekunden geht es wieder weiter. Oh Lars, ich gehe kaputt, ich gehe kaputt. Ich kann auch nicht mehr. Ich gehe kaputt, ich gehe kaputt. Ich muss hier raus. Essen. Essen. Ein Diener. Oh Gott, mal gucken, was jetzt passiert. Okay, wieder irgendwas mit Polizei. Junge, McDonalds. Hack McDonald hat eine Farm. Ah, Alter, da ist jemand totes. Wo ist da jemand? Oh, ich habe eine Sprungfeder. Ich kann schneller laufen. Alter, hinter mir ist Dings. Ronald McDonald, der will, dass ich einen Cheeseburger kaufe. Oh nein. Hilfe. Wo ist er? Der ist da drin wieder. Ah, der läuft jetzt gegen das Fenster. Der ist verpackt. Doch, ich bin versteckt. Ich bin versteckt. Ich habe so eine schnelle Sprungfeder gefunden. Das ist Freddy, der ist aber verbrannt irgendwie. Keine Ahnung. Yeah. Alter, guck mal, du musst dir so eine Sprungfeder holen wie ich. Dann bist du schneller als die Killer. Okay, in sieben Sekunden geht es wieder los. Ein weiterer Mörder begibt sich auf die weitere Suche nach Gefährten, die er essen kann. Im Lockdown. Da warst du. Ist du dumm? Jetzt geht los. Okay. Okay, ist ready? Oh Gott. Lass schnell die Münzen holen. Alter, was geht denn hier ab? Wo ist der Killer? Oh mein Gott, das ist Chucky. Chucky? Lars, da bist du. Wo ist Chucky? Der kommt, der kommt, der kommt. Oh mein Gott, da ist... Alter, hier ist so eine kleine... Was ist das hier für ein Raum, Alter? Hier ist so ein... So ein, so ein Killer. Oh Gott, ich habe gedacht, das ist Chucky. Aber Chucky ist überall. Der ist doch in diesen... Ah, da drinnen ist er. Der ist gerade im Fahrstuhl. Er mordet die alle. Also die, die im Fahrstuhl bleiben, irgendwie habe ich das Gefühl, die werden... Die sterben irgendwie immer. Die da oben versteckt sich auf einer Lampe. Oh mein Gott. Oh, oh, Smile. Okay, jetzt kommt irgendein Lächeln. Was ist denn das für einer? Das ist Smiley oder Smile oder wie der heißt, ne? Das ist auch so ein Killer. Ich weiß es nicht, was es ist. Entspannter... What? Hä? Da ist er. Lol, der hat so einen riesigen Hammer. Der sieht ein bisschen aus wie... Ich glaube, das ist Killer-Klau. Alter, Alter. Aha. Warum kann ich nicht gegen den Wehren? Alter, Junge. Alter, ich bin schon wieder gestorben. Der ist unglaublich stark. Ja, der ist richtig stark. Ein Schlag und der kann richtig schnell laufen, gell? Der... Hä? Wie haben das denn Leute wieder überlebt, ey? Stehen sich immer auf die Lampen da oben drauf. Okay, komm. Wir kriegen das hin. Smile, Smile, Alter. Hier, bitte keinen Keller. Realm. Was ist Realm? Oh Gott. Lars, bist du ready? Okay. Ich bin bereit. Was ist das? Andere Seite? Wo ist auf... Oh mein Gott. Wir sind irgendwo in so einer Stadt oder sowas. Was ist hier los? Was? Was in drei Teufelsnamen ist das? Alter, irgendjemand lacht hier ganz, ganz mies gerade. Oh Gott, was ist hier los, ey? Alter, die ist direkt hinter mir. Wie sieht die aus? Wie sieht die aus? Das ist so eine rothaarige Bürste. Ah! Rothaarige Bürste? Ich hab die noch nicht einmal gesehen. Aber ich sammle hier Münzen. Schon gruselig hier. Schon gruselig hier. Ich sammle Münzen. Ja. Ich hab schon 200 Münzen gesammelt. Gestrandet. Wer... Oh, was glaubst du, wo werden wir stranden? An einem Killer-Strand. Wow. Oh nein. Hauptsache mit so einem Schulbus, gell? Ist der Killer. Ich fahr jetzt nach Hause. Da, da ist wieder Freddy. Oh nein, Freddy. Freddy Mercury? Ich dachte, du machst Musik. Nein, Freddy Mercury, bitte nicht. Aber er greift jemanden anderen an. Finde ich gut. Das bin ich. Entity Spawner. Was ist das denn? Was ist denn der Entity Spawner? Da wird hier irgendwas gespawnt. Oh nein. Hier ist eine unsichtbare Wand. Jetzt bin ich der Mörder. Hier in der Ecke, gell? Okay, meine Damen und Herren, ich glaube, wir haben inzwischen alle Mörder gesehen. Falls es euch gefallen hat. Falls, ja, dann lasst uns doch... Und tschüss. Tschüss.